Ich habe vor kurzem die Leica SL2S testen dürfen und in diesem Video möchte ich euch verraten, wieso es sehr wahrscheinlich meine neue Kamera wird. Ich sitze hier mit meinen zwei Leica Kameras, einmal die Leica Q2 und einmal die M10P. Ich weiß, es ist ein Luxusproblem, doch irgendwie bin ich nicht zu 100% zufrieden mit beiden Kameras. Und da kommt jetzt die heutige Kamera ins Spiel, und zwar die Leica SL2, genau genommen die SL2S, die durch letztes Jahr im Sommer einmal testen. Dann nochmal ein riesiges Dankeschön an Nils Langenbacher und Foto Franz. Die haben mir diese Kamera für eine Woche einmal ausgeliehen und so konnte ich sie so ein wenig einmal für mich testen. Aber bevor ich jetzt hier noch mehr schnacke, werde ich euch jetzt einmal in die Vergangenheit schicken. Dort habe ich auch schon direkt ein Video damals aufgenommen mit der SL2 in der Hand, damit ich euch im Anschluss dann mein Fazit sagen und erzählen, ob ich diese Kamera kaufen werde. So, ich habe jetzt hier die SL2 mit dem 24mm Summilux und dem M-Adapter. Das heißt, das ist jetzt eine manuelle Linse. Ich habe auch gleich nochmal das 24-70, was von Leica ist direkt und dann auch nativ mit dieser Kamera kommuniziert. Das heißt, dann habe ich auch Autofokus. Aber ich wollte erst einmal mit dieser Linse hier das Ganze testen, weil ich das tatsächlich auch ganz spannend finde, sich vielleicht irgendwann mal diese Konstellation sogar zu kaufen, dann die M abzugeben, die Q abzugeben und dann das hier als Lösung hat. Weil ich finde, das ist noch von der Größe her so ein bisschen größer nur als die M und hast trotzdem hier den schönen Look durch die Objektive. Also ich muss so weit weg gehen, so, damit ich hier die Blume in den Fokus bekomme. Das ist der einzige Nachteil bei diesem Objektiv, dass du halt relativ weit entfernt sein musst, um zu fokussieren. So, dann suchen wir uns eine schöne Kulisse. Dort, das Haus, glaube ich, ist schon ganz schick. Es ist eigentlich sehr ähnlich wie die Q2. Von daher, oh, das sieht cool aus. Ein bisschen zentraler noch, sehr cool. Und jetzt muss ich einfach noch ein bisschen reinfokussieren. Gucken wir mal. Warte mal kurz, so. Auf jeden Fall sehr schön, dass man das Peaking hat. Ich kriege aber auch. Das sieht cool aus. Ich gehe mal ein bisschen näher jetzt, damit man auch die 1.4 ein bisschen sehen kann. Das ist okay. Das ist echt, sieht echt gut aus, ey. Also, du siehst gut aus, Schicker. Ich mache jetzt mal so ein Foto. Für die Leute, die mir folgen, die wissen natürlich, dass ich zu Hause auch mit Sony arbeite. Da ist der Vorteil, dass du da immer ausklappbare Monitore hast. So, bist du schade. Okay, und jetzt gehe ich mal ganz tief runter. Jetzt sehe ich gerade nicht, was ich hier mache. Wir sehen, wie nah ich rankomme an sie. So, das hier ist das Nächste, was ich schaffe. Ich stelle die einfach mal da hin. Ein bisschen tiefer haben wir jetzt hier. Sehr schön. Schauen wir zu mir. Vielleicht hier nutze ich das als Vordergrund und du stellst dich da so zu der pinken Wand. Zu der rosa Wand. Genau. Ich habe schon lange kein Shooting mehr gemacht, ey. Geht aber gut mit dem Objektiv, muss ich schon sagen. Das ist schön, ey. So. Schon cool, die Kamera. Verdammt. Guck mal. Ja, eine Alternative wäre das hier zum Beispiel, wenn man jetzt die Leica M verkauft und die Leica Q2 verkauft und sich dafür halt diese hier holt mit dem Objektiv. Könnt ihr noch Sumi-Lux noch dran schnallen, dann hast du echt ein ganz cooles Setup. Es ist dann zwar auch eigentlich eine Konkurrenz zu meiner A1, die ich sowieso schon habe. Also könnte man auch sagen, hol doch die einfach. Aber es ist trotzdem noch mal was Besonderes mit einer Leica zu fotografieren, wie ich finde. Kann ich mir hier so eine schöne Aufnahme zeigen. Ist auch eine sehr, sehr schöne Kamera. Ich finde die Leica M natürlich schöner. Oder die Leica Q2 auch. Aber die hat trotzdem auch was. Also sieht auf jeden Fall schicker aus als eine Sony, wie ich finde. Also schau mal richtig zu mir. Schau mal nach oben. So. Und ich mache hier alles gerade manuell. Aber das Peaking hilft wirklich sehr, sehr viel. Ich werde jetzt einmal durch den Sucher schauen, damit ich euch sage, wie das so ist. Das ist wirklich ein Traum. Diese Frau. Der Traum, ja. Diese Kamera. Ich bekenne deine Kamera. Ich kriege mehr Komplimente. Ja, ja. Für meinen Schwarz-Weiß-Channel vielleicht. Mal gucken, was man da was machen kann. Ich finde es hier die Spiegelung ganz geil von dem Haus. Ich gehe noch ein bisschen einfach ranlegen, ne? Bevor die Leute hier gleich sauer werden. Meine Frau sieht natürlich toll aus. Jetzt sage ich das auch mal offiziell. Damit man hier keinen Ärger kriegt. Schatz, ich hätte dich sonst doch gar nicht geheiratet. Ja. Und was ist hier durch den Gitter? Ja, sehr gerne. Sehr cool. Bevor die gleich kommen und uns erscheuchen. Aber wenn die halt so coole Häuser haben, was sollen wir machen, ne? Ich überlaufe. Sehr, sehr schöne Bilder schon. Ich glaube, ich werde gleich einmal das Objektiv austauschen. Das war es jetzt erstmal mit der M-Linse. Und wir gehen jetzt mal rüber zum nächsten Objektiv. Nun habe ich hier das Leica Vario Elmarit SL F28 24-74 ASPH. Aspherical. So, ich habe hier vorne keinen Filter dran oder so. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall Autofokus. Ich mache mal die Cam an. Hier haben wir doch schon mal direkt ein schönes Model. Jetzt haben wir aber auch hier durch den Joycer kann ich den Fokus bestimmen. Und die hört sich auch wirklich smooth an. Gefällt mir. Ich bin tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Weil das wäre schon eine geile Kombo, wenn man so ein Objektiv trotzdem hat. Man kann sie auch von Panasonic kaufen. Das hat ja auch ein L-Mount. Und dann kannst du dann ein bisschen variieren. Das ist schon echt ganz geil. Kannst du hier halt mit 50mm Summilux und 24mm dran klatschen und Videos damit machen. Und damit sehr schön im Urlaub auch mit einem kleinen minimalistischen Setup arbeiten. Und hast ein bisschen mehr Flexibilität, als wenn du nur eine Q2 dabei hast. Das ist natürlich aber auch kassischwilliger. Genau. Schön. 70mm mal. Was nutzen. Ein bisschen rauskommen. Ein bisschen rauskommen. Gucken wir mal so seitlich an. Guck mal an. So, okay, warte. Das sieht cool aus. Guck mal ruhig zu mir mal. Das war es jetzt hier von der SL2 und dem kleinen Shooting. So, wir gehen jetzt nochmal zurück ins Studio. Willkommen zurück im Jahr 2022. So schnell geht das. Und jetzt möchte ich euch kurz verraten, was meine finale Meinung zur SL2S ist. Erstmal zu den negativen Dingen bei der Kamera. Das habe ich auch im Video schon gesagt. Sie ist halt sehr, sehr klobig. Besonders mit einem L-Objektiv. Das ist schon gleich viel, viel schwerer als meine G-Master-Objektive mit meinen Kameras. Und das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Aber es ändert sich, sobald du ein M-Objektiv dran schraubst, ist das Ganze fast so kompakt wie eine M10. Und das ist schon wieder interessant für mich. Denn ich fand den Look, den ihr auch bei den Fotos hier gerade gesehen habt, mit den M-Objektiven viel, viel schöner als die von den L-Objektiven. Bei den L-Objektiven müsste man noch ein bisschen in der Post was machen. Aber bei den M-Objektiven, da könnte man fast sagen, das ist so ein kleiner Leica-Look. Das hat mir so viel Spaß gemacht, auch mit der Kamera zu fotografieren. Das Klickgeräusch war schön. Und ja, ich weiß, das ist alles hier ein Luxusproblem. Ich habe hier schon zwei tolle Kameras. Und deshalb bin ich tatsächlich jetzt am überlegen, ob ich die M10 erstmal abgebe und dann halt die SL2S hole. Und ich glaube sogar, dass ich dann die Q2 gar nicht mehr brauche, denn diese Kamera hat ja eigentlich fast alles. Ich weiß natürlich, die Q2 hat ihren eigenen Charme und die ist nochmal einen Tick kompakter. Aber ich brauche jetzt nicht so viele Kameras, die ich irgendwie in den Urlaub mitnehme. Das reicht mir dann mit einer Kamera. Was ich halt so schön finde, ist die Flexibilität, dass du ein M-Objektiv dran schrauben kannst. Plus, wenn du irgendwie ein Sigma-Objektiv noch mitnehmen möchtest, einen Weitwinkel zum Beispiel, ein 24mm 1.4, dann kannst du es einfach machen. Hast deine Flexibilität, hast dann deinen Autofokus, kannst dann auch damit tolle Videos machen. Und allgemein hast du natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten im Videobereich und im Fotobereich als die Q2. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren einen Rat geben, was soll ich machen. Ich weiß, es gibt natürlich viele, die mir sagen werden, behalte doch einfach beide Kameras oder behalte die Q2. Für die Leute, die einen SL2 haben, könnt ihr mir ja gerne mal eure Meinung dazu sagen. Wie findet ihr sie? Welche Objektive sollte ich kaufen, wenn ich mir eine hole? Ich persönlich freue mich, dass ich da halt meinen Leica Summilix weiterhin nutzen kann, meinen 35mm. Aber welche Sigma-Objektive könnte ich denn dann holen? Also ich glaube, das 24mm 1.4 gibt es in einer etwas kompakteren Form, finde ich natürlich ganz cool. Werde ich bald endlich mein Leica-Problem endlich lösen und einfach die perfekte Kamera für mich finden. Und ja, wie gesagt, ich weiß natürlich, dass das alles völliger Quatsch ist, aber es macht einfach Spaß, über Kameras zu schnacken, über dieses ganze Giergelaber. Und aktuell habe ich einfach Bock, diese Kamera zu haben und dafür dann diese beiden wegzugeben. Aber noch ist keine Entscheidung gefallen. Falls ihr noch weitere Videos von mir sehen möchtet, habt ihr hier direkt zwei weitere Leica-Videos. Und abonniert natürlich den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche dann wieder beim nächsten Video. Und bis dahin sage ich Peace!